Musik Ist es nicht herrlich? Endlich passiert mal was im Bundestag. Die noch Kanzlerin Merkel setzt sich für den lachenden Armin Laschet ein. Was für eine Leistung. Lächerlich, sagen Sie? Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung. Meine Güte, was für eine Aufregung!